Herzlich Willkommen! Und wir haben die geilsten Beziehungsweise skippt! Die BMG-Gang! Wir hätten die Runde gerade eben die Hände beauftragen müssen. Wie sehr geil gewesen. Don't forget your armor! Ich hoffe, er lässt sich nicht nach, aber Michael ist ein Tier, ey! Michael ist, glaube ich, der krasseste Typ, den ich bis jetzt in dem Spiel überhaupt zu sehen habe. Ich bei mir auch. Hey, Armor? Einer hat mich gut bekommen. Ja, der, ich weiß nicht, ob der AFK war oder so. Okay, ich lurke, ne? Ich wurde entdeckt. Ja, ja okay, ich mach hier dicht. Ich lurke, du verteidigst und Michael macht einfach, was er immer macht. Ja. Das ist die beste Wahl. So, ich bin oben. Doch, ist ruhig. Für euch auch? Natürlich. Da sind manche Rasen schon vor mir die Blöden. Kommen. Wo? Mainfloor, incoming. Mainfloor? Weiß ich schon, er hat den Schuss. Ja. Ich bin oben. Mach das. Ich habe ihn oben. Ich habe ihn oben. Ich habe ihn oben. Hier könnte ich Hilfe hier brauchen. Ja ich bin auf dem Weg. Ab rein. Ab mal rein. Ich lass Maike diesmal nicht die ganze Auge machen. Da ist kein Auge. Wo stehst du hin? Da stehst du nicht. Oh scheiße. Einer von der Busfahrer hat sich erledigt. Wo ist der? Raus im Turm, der ist jetzt am Eingang. Da wo die anderen auch reinkamen. Hier? Ja, so. Warte. Ja, da kommt der gleiche Rennen. Aber auf links geht der rein. Der ist oben, der ist oben. Oben, oben, da raus oben. Da oben ist ein... Angehitter zumindest. Wir gucken Maike zu. Besser wir checken Kameras. Nö, ich guck Maike zu. Die Leute wollen sehen, warum das so geil ist. Also das ist Maike. Ich weiß nicht wo er herkommt, aber er ist geil. Denn der macht das. Rennade bei Maike. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ich hab die geile... Nimm die Kamera, die Kamera ist eine geilere Sicht auf Maike. Mh, sicher. Kamera K. Kamera K, du siehst den voll. Das ist den ganzen Raum. Okay. Wo ist Maike? Da ist Maike. Jawoll! Er kommt. Er schaut. Warte. Ah, da hat Maike... Warte, doch nicht so geil. Nein. Wir glauben in dir. Du bist unser... Du bist unser... ...Rainbow Six... Gott. Was ist mit seinem Bein los? Kruppert sein Bein, weil ich ja auch so war. Ah, wo kommt er? Das Bein, Alter. Er kommt und schaut. Okay. Und jetzt hat er die Kamera. Maike, komm. Maike, mach den. Boah, das hier... Der lässt sich... Der lässt sich... Der lässt sich... Der lässt sich... Und deswegen... Deswegen ist Maike halt so ne geile Sau. Hab den noch nicht gejuckt? Nö. Na, drück dem einfach trotzdem Headshot. Ist dem egal. Äh... Verdammt, Alter. Okay. Okay. Jungs sind klasse, ey. Ja. Und jetzt nehm ich wieder Sour Miles, meine letzte Runde. Ey. Ich würd nicht sagen, weil jetzt wär ja Plasphemie, aber ich bin besser als Maike. Mal sehen, wie lange. Mal sehen, wie lange. Ich komm vom... Ich komm vom... Komm vom Lagerfeuer. Ja, da bin ich dabei, ja. Blackbeard ist für dich. Oh nein. Oh nein. Ich nehme Sledge. Okay. Okay. Let's bomb then with Termite again. Ey komm. Ich lass dem die Klasse, dem der will. Natürlich. Dem Jungen... Dem Jungen gebe ich alles. Der kann... Wenn der... Wenn der Blackbeard haben will, soll er den kriegen. Wenn er meine Jungfreundlichkeit haben will. Wenn er meine Jungfreundlichkeit will, gebe ich sie ihm. Okay, soweit würde ich nicht gehen. Ey komm. Ich mach alles für ein paar Scheine. Das weiß ich. Und für Babos. Ohohoho. Meine Fresse. Jetzt gehen wir ganz weit runter wieder. Ne, ich gehe mal ganz runter. Ja, wenn du dich bückst, bist du immer ganz unten, ja. Genug Anspielungen für diese Aufnahme. Oh. Boah. Oh Gott. Der hat mich. War die Küche nicht das mit dem Todesfenster? Das Todesfenster. Nice bomb. Ich glaube, da werfen wir jetzt alles rein, was wir haben. Oh Gott, ja. They got the kitchen. We have the death window. Wir benutzen das Todesfenster. Deswegen habe ich nämlich auch das Lagerfeuer geholt. Ach, da sind wir direkt an dem Todesfenster? Ja, da können wir schnell hinkommen. Da ist es. Da. Aber nicht direkt durchgucken, ja? Nicht reden, nicht reden. Wir sind in der Aufnahme. Einmal wieder rausgehen. Danke. Haha. Passiert falsch manchmal. Bin drin. Kommen wir mit. Warte. Er ist am Decke. Nicht kommen. Nicht gucken. Warte. Mach doch. Ich bin nicht beart. Fuck. Da standen wir. Hätte ich wissen müssen. Ich dachte jetzt gerade echt Michael hat mich weggestellt. Das ging mir gerade so ein wenig zu schnell im Raum. Ja. Let's see for just three in your day. Der Michael gestorben. Das für mich. Erster. Nice. Ich bin letzter. Ey komm, die sind alle geil, ne? Die sind alle ziemlich gut. Außer ich. Der Top-Pflanze versteckt. Wir sind in der Top-Pflanze versteckt. Jetzt auch erst hier dein neuestes Ranked Match oder so. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Erstens braucht das Zeit und zweitens für die Zeit die du spielst bist. Ziemlich geil. Findest du? Ja. Ich kenn Schlimmere. Glaub mir. Ich kenn viel Schlimmere. Das hört man gerne. Wow. Hat's gebracht. Ja. Das war gut verheuern. Son. Der fliegt wieder. Warum hat er den jetzt geblendet? Ja und da muss ich sagen. WTF? Die kennen auch die Map aus wenn die hast die Map. Der ist Full Flash. Hat der genau den richtigen Weg genommen. Ja. Ach schade. Na ja. Dein sich die Kills ist jetzt höher als ich. Ja Michael holt sich auch gleich wieder ein. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja komm irgendwann geht bei Gewitter ab und macht die 5 Kills zwei Runden lang. Richtig. Macht einfach immer das Ass. Das Ass. Das Ass. Das Ass. Ach komm lass mal das Hauptschlafzimmer nehmen. Sorry. Äh. Any more energy? Do you want to take pulse? Pulse? Nee ja. No. No no. Mike schnappt sich. Mike schnappt sich Bruce Willis. Okay. Want money? Take my money. And your virginity? Maybe. I do everything for him. Die Bomben sichern. Schutzplatten einsetzen. Neue Kameraübertragung läuft. Das Mod glaub ich bin nicht zu kippen hier gerade. Das Mod glaub ich bin nicht zu kippen hier gerade. Nächste your virginity ne. Bin ich der einzige der die Bombe verteidigen will? I do- I'm doing everything for cash. End for Abonements. End for Abonements. End for Abonements. End for Abonements. Bei A. Dann bleib ich bei B. Sollen sie doch kommen. Ich sag's dir, Aufnahme. Wir werden zwar nicht haus- haus- eh. Hochhaus- hochhaus verlieren ja. Hochhaus verlieren. Wir werden zwar nicht haus- hoch verlieren, aber wir werden verlieren. Durch die Aufnahme. Meinst du? Ach komm, wenn Michael wieder aufdreht. Die haben glaube ich ein Glas draußen. Der hat nämlich auch... Ja, hier schießt einer mit dem Silencer. Fused, fused bei mir rein. Fused, fused bei mir rein. Ein Kühlgriff ist noch Badewanne. Ja, der Wind. Oh Gott! Ich hab ihn angehittet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Low-HP. Könntest du etwas Hilfe benutzen? Ein Low-HP. Äh, ich komme. Ah, scheiße! Ich halte meine Blutung, der trifft mich nicht. Am Fenster, direkt am Window. Den kannst du kriegen. Warte. Die schießen, aber die Versuche schießen. Die schießen, ist nice. Danke. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich und jetzt schnell weg hier auch. Deckung suchen. Oh. Oh. Wie sieht das aus auf dem Balkon? Warte auf, ja. Sie sieht das aus auf dem Balkon? Ja. Scheiße, die haben mich. Ja, mich auch. Von wo? Ja, guck mal, wo die Ashe, hat die Ashe dich geholt? Ja. Wo die hängt, alter. Der hat mich leider geholt, genau wo ich die, äh, wo ich Netz geworfen habe. Warte fuck, wo die hängt? Da hab ich auch nicht drauf geachtet. Sorry, Guys. Komm, Michael. Oh, Michael. Es wurde einer aus dem Acht. Ja, aber nicht von uns. Das kommt immer. Ich weiß nicht, warum die, ich weiß nicht, warum die manchmal so eine Einblendung zeigen von Menschen, die dich gar nichts angehen. Keine Ahnung. Vielleicht, um einfach, einfach zu sagen, äh, hier, wenn du hackst oder beleidigst, wirst du gepunished, so nach dem Motto. Einfach, um zu sagen, das ist ein blöder Penner, komm, schnapp mit dir, mach ihn fertig auf der Straße. Yo. Safe ist es das. Ich komm von den Klippen, aber ich kann mit keinem mitgehen, ich stell mich auf die Snapper-Pose. Ach, du, du bist Sniper. Sniper, du hast Sla... Ne, du hast Fuse. Ich hab Fuse, ja. Du hast Fuse. Ich hab Fuse und du hast Glatz. Das Sledgebeard, ja. Das Sledgebeard, genau. Ich komm mit dir, blöd. Dein Mann ist hier. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Nein, äh, Blitz-Tarn. 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 Blitz-Tarn, ja. Blitz-Tarn, ja. Blitz-Tarn, ja. Blitz-Tarn, ja. Blitz-Tarn ist sowieso am besten. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh, cool. Schafel und Fuse, ja Fuse. Fuse. Diffuse. Diffuse. Weißt du, er schießt einfach so wie in Peace rein, ja. Das wär der Fetch. Ah, Sledge kommt mit mir mit. Wer, wer ist ein Sledge nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Ach so. Ehh, Sledge ist der Fedomba. Wo geht denn Michael rein? Michael geht mir schon bei dir rein. Natürlich geht Michael mit bei dir rein. Echt? Echt? Ja, will nicht, dass ich mit bei ihm spawne. Und dafür nimmt der Michael mit. Dafür nimmt der Michael auch. Was? Wie wird das? Er nimmt dein hart und dein soul, ja. Ja. Berührt mich auf eine Weise. Ich hab mich noch nie berührt bekommen. Hier auf dem Fenster die Pedder, ja. Aufpassen. Oh, das Fenster. Pass auf. Das war dämlich. Überlebe ich das? Ich hab mir den besseren Posi zu angeln. Ich versuche, ich will irgendwo rein fusen. Ach, ich hab schon da Hintergrund, die räusche offentlich. Bleiben die hinten, im Hintergrund. Oh, bei mir wird reingeschossen. Oh Gott. Ich liege oben. Verletzt. Und es wäre nicht ratsam, mich aufzunehmen. Ich kann aber versuchen, hinzukommen. Nein, ich bin weg. So gab es so weit. Das ist doch fluchte Aufnahme. Wir können nicht gewinnen. Na, what the fuck? Alter, ich hab dem Headshot über Headshot reingehauen. Das hab ich auf Aufnahme und der kippt nicht um. Der drückt mir einfach. Und deswegen sage ich, der Rook, wenn der die Rüstung anhat, den kriegst du nicht richtig down. Der ist schon... Der muss, den musst du überraschen. Der, der ist schon ziemlich stark. Vor allem noch, wenn er den P90 hat. Oder der MP5. Weil MP5, er macht einfach viel zu viel Damage. Mit seiner Rüstung noch. Guck's einfach nicht gegen an. Weil der P90, wenn er dich zuerst entdeckt, der schießt einfach alles nieder. Das stimmt. Der hat so eine Feuerrate. Keine Chance. Heiko. The skill is easy. Man hat leider beim Eumel bis jetzt in jeder Aufnahme das bessere Material. Gut, das liegt auch darin, er spielt viel länger als ich. Eumel hat den Skill. Und ich bin Noob, Alter. Ich sage, was du noch willst. Ja, wir sprechen uns wieder bei der nächsten Matchmaking-Runde. Und er versucht und versucht und versucht. Oh Gott. Oh, das ist sehr gut. Keine Ahnung. Weißt du, der schießt auch blind. Jaaaa. Der schießt blind und tritt. Ich guck grad dem Michael zu, dem Mike. Oh, ich muss gehen. Und der macht's einfach. Er macht's einfach. Mit zwei HP macht er's einfach. Da haben sie noch drei Gegner. Oh. Ah, da bin ich gestorben. Dangerous window. Geist. Den Rook an dem Fenster hat er weggeholt. Weiß nicht. Ein Schafer ist jetzt gesichert. Wie er einfach mal mit zwei HP denkt. Ich gucke mal. Ja. Yeah, he's lying. He's lying. He's lying. Nicht lying. Er lügt nicht. Er liegt, ja. Er lügt. It's a trap. It's a trap. Ja, da liegt im Kameras. Checkt einfach. Sehen ruhig. Ah, da hätt ich durchfusen können. Da dritt da drin. Direkt dahinter. Direkt dahinter. Oh Gott. Den meinte ich. Den meinte ich. Der von oben. Das kannst du mir nicht erzählen, ey. Langsam wird's lächerlich. Zehn Sekunden übrig. Ah, das einzige was er versuchen konnte, war halt noch alle zu holen. Er hat auch eine Mine, ne? Ja, aber er hat halt keine Zeit mehr gehabt. Er musste rein. Ja, in zwölf Sekunden. Okay. Ist doch okay. Guck mal wie wir uns wären, Alter. Natürlich. Das ist noch, das ist noch nichts verloren. Aber ich find's schade, dass die eine, das eine Match von gerade eben nicht trocken ist. Das stimmt. Das wär so schön gewesen. Dann nehm ich jetzt mal den Rook und ich bin mal für das Spielzimmer. Warum eigentlich nicht? Aber ich zeig was anderes. Ich nehm immer aus dem Morgen der Verteiligung. Ich werd mal lurken. Nehme auf jeden Fall. Ja, Hauptschlafzimmer. Okay. Wobei. Ich bin auch grad im Überlegen. Komm, ich mach mal was Verrücktes. Oh, nein. Wir werden alle sterben. Gut, die Minen leider falsch um. Die explodieren nur bei uns hier. Ja, ich bin ein schlechter Russe. Hier, leg die Mine. Das wird dicht machen. Bei wenn denn, dann sofort loslaufen und gute Stellung suchen. Was glaubst du? Kommen sie über den Main-Floor oder kommen sie übers Basement? Ne, ich würd fast sagen, die kommen über Main-Floor. Die haben mich schon entdeckt mit ihren blöden Drohnen. So'n Mist. Wir sind zum Glück vorbei geworden. So. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Na. Bleib einfach hier. Fünf Sekunden. Wenn sie wirklich vor den Hauptwerkern kommen. Ich sitze auf dem Trockenen. Dann erwarte ich so. Oh, die mit ihren dummen Drohnen, Mann. Ich bin aus. Äh, an. Äh, was auch immer. Tür verbarrikadiert. Ich weiß doch, ihr wollt das. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Ja, war nichts. Die kommen von wo anderen Blöcken. Was war das denn? Die kommen wieder von oben. Die kommen nicht von hier. Mist. Also wieder vom Balkon. Schade. Dann hab ich die Minen leider auch falsch gelegt. Die Fenster da oben sind von hier aufgefallen. Die sind ja auch gefährlich hier. Hinter uns. Oh, hier hockt Michael. Auch Michael. Na, vielleicht läuft hier einer luckierweise in meine Mine rein. Warte? Nichts? Okay. Okay, andere Raum. Da! Im Raum. Im Bombenraum. Neben uns. Da hat meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ich muss nachladen. Oh Gott. Mist. Oh, ich hab den so runtergeschossen. Der hat uns alle drei geholt. Ich hab den so runtergeschossen. Und es liegt so gut die erste Runde. Ja. Ach Leute. Aufnehmen und spielen ist eine Sache. Nice. Aufnehmen und spielen ist eine Sache ne. Aber trotzdem mit den Leuten hat Spaß gemacht. Habt Spaß mit euch mit euch. Wir müssen jetzt gehen, aber nächstes Mal. Kein Problem. Danke, danke. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke fürs Spiel. Für euch. Wir sehen uns auch bald. Bei der nächsten Folge. Tschau. Macht's gut. Tschau.